Ich stelle noch einen Block drauf. Oh, was für ein interessantes Buch. Mh, leckerer Tee. Wer ruft mich denn an? Ähm, hallo? Oh nein, was ist hier los? Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es in der neuen Challenge geschafft. Dann lasst uns loslegen. Mädels, kann ich bitte anfangen? Mal sehen, was sich unter diesem Deckel befindet. Oh nein, das ist ja stinkender Brokkoli. Furchtbar. Wo ist denn der Mülleimer? Na also. Nein, so schnell geht das nicht. Du musst den Brokkoli aufessen. Wirklich? Probieren wir mal. Schmeckt dir eklig. Gefällt mir gar nicht. Mir ist nicht gut. Was ist denn mit Sandy los? Steh auf. Sie ist aufgewacht. Bitte, lass mich in Ruhe. Schau mal nach, was dich erwartet. Mal sehen. Wow, das ist ja Kaugummi. Ziemlich cool. Ich mag diese Backung. Oh nein, mein Finger steckt fest. Autsch. Ich hab's geschafft. Was für drissantes Pulver. Probieren wir mal. Mh, Kaugummi. Und jetzt machen wir eine Kaugummi-Blase. Es hat geklappt. Voll lustig. Oh ja. Gleich wird meine Kaugummi-Blase mega groß. Boah, cool. Ups. Jetzt bin ich voller Kaugummi. Roxy, wie siehst du denn aus? Mega lustig. Jetzt bist du dran, Nancy. Okay, mal sehen. Wow. Fanta mit Zitronengeschmack. Muss ich sofort probieren. Mh, ich krieg einfach nicht genug davon. Mega lecker. Das war's auch schon. Ups, Mädels. Ich musste röpsen. Hör auf, Lindsay. Was zum Teufel soll das? Oh, wie ekelhaft. Mh, mh. Darf ich dies mal anfangen? Mal sehen. Wow, ich hab rosa Nutella bekommen. Mega cool. Ich kann's kaum erwarten, was zu probieren. Sieht ja lecker aus. Mh, lecker schmecker. Mh, ist das gut. Ich wünsch mir mehr. Ah, mit diesem Löffel dauert das viel zu lange. Deshalb nehme ich mir einfach die Hände. Oh, wisst ihr was? Das schmeckt sogar besser, als ich gedacht habe. Eww. Ich hab alles aufgegessen. Gesicht wischen und fertig sind wir. Du bist dran. Okay, mal sehen, was ich habe. Einen Süßigkeitenautomat. Na, dann probieren wir mal. Mh, das Bonbon ist gelb, also gehört es mir. Lecker. Ähm, okay. Ich hab noch einen ganzen Automaten. Ich nehm mir einfach was anderes raus. Hey, jetzt hört sofort auf. Das sind doch meine Bonbons. Na, endlich. Hab ich ein grünes Bonbon. Das gehört mir alleine. Finger weg. Na los, öffne deinen Deckel. Mal sehen. Oh nein, bloß nicht das. Das sind ja Toxic Waste Bonbons. Ich werd das doch nicht aushalten. Die sind mega sauer. Moment. Tu es nicht. Ha, zuerst möchte ich dich filmen. Mach's jetzt. Ach, du willst ja immer nur filmen. Mh, ist das sauer. Gar nicht auszuhalten. Ah, ich krieg den Gesichtskram. Boah, Roxy, hast du das gesehen? Mega lustig. Jetzt bin ich dran, oder? Oh, wow. Was für ne große Zuckerwatte. Dann auch noch in rosa. Mh, schmeckt mega lecker. Oh, Mädels. Wollt ihr lachen? Mh, ich hab nen Schnurrbart aus Zuckerwatte. Gefällt es euch? Nee, nicht wirklich. Na okay. Ich probier was anderes. Mh, gefällt euch mein kleiner Teddybär aus Zuckerwatte? Oh, wie süß. Unglaublich süß. Na, sag ich's doch. Jetzt kann ich ihn aufessen. Mh, das schmeckt so gut. Ich hätte nie gedacht, dass ein Teddybär aus Zuckerwatte so lecker sein könnte. Oh, tut mir so leid. Ach, komm schon. Das war mega gut. Sandy, du bist dran. Ähm, ja, du hast recht. Mal sehen, was ich habe. Was? Ein Kaktus. Nein, nein, nein. Ist er echt? Mh, seltsam. Hat mich gar nicht mal gestochen. Sieht appetitlich aus. Mh, und schmeckt süß. Ich muss was abbeißen. Aber wie soll ich das machen? Oh ja, dieser Kaktus ist ja aus Schokolade. Was könnte besser sein? Ist die Blumenerde auch essbar? Oh, auch aus Schokolade. Mega cool. Wow. Wow, ich hab noch nie einen Schokokaktus gesehen. Ich auch nicht. Das war's auch schon. Okay, jetzt ist Lindsay dran. Na dann, lass mal schauen. Ein Cocktail? Sieht ja appetitlich aus. Probieren wir mal. Hey. Moment mal, diese grünen Gummibärchen gehören mir. Die sind ja schließlich grün. Mh, schmeckt mega gut. Und der Cocktail ist rosa, also werde ich ihn austrinken. Mh, mega gut. Lindsay, vielen Dank. Du kannst die Zitrone essen. Oh nein, nur die Zitrone. Das ist doch voll unfair. Ganz schön sauer. Ich frag mich, was uns diesmal erwartet. Darf ich mal nachschauen? Mh, Mais. Riecht ja ganz schön gut. Mh, ich mag gekochten Mais. Oh, ich hab ne geniale Idee. Ich decke den Mais ab. Und erhitze ihn mit meinem Flammenwerfer. Ich werd gleich ein mega leckeres Popcorn machen. Voila. Sieht ganz schön appetitlich aus. Genau das, was ich wollte. Mein Popcorn kommt jetzt in den Eimer. Und jetzt zieh ich mir einen Film rein. Mh, also. Mega lecker. Hey. Wir sind immer noch hier. Hört auf. Seid nicht so laut. Was für ein trauriger Film. Oh nein, ich hab auch noch kein Popcorn mehr. Meno. Ach, das war's wohl. Sandy, mach weiter. Okay, mal schauen. Mh, das ist ja ein Gummiburm. Der ist ja groß. Foxy, schau mal. Hast du wirklich Angst vor diesem Gummiburm? Komm schon. Mh, schmeckt einfach mega gut. Mh, ich hab eine Idee. Ich werd ihnen kleine Stücke zerteilen. Und jetzt die Stücke aufessen. Hopp. Gefangen. Na, gefällt euch das? Genau getroffen. Cool. Das war mega cool. Bravo. Dankeschön. Und jetzt zeig ich euch noch einen Trick. Und. Ah, ich falle. Ähm. Das war so lala. Mir ist gut, wenn euch das interessiert. Boah, nee. Ich mag keine Dislikes. Roxy, mach weiter. Mh, was hab ich denn? Das ist ja rosa Müsli. Mh, schmeckt mega lecker. Und sieht hübsch aus. Aber wisst ihr, was noch besser sein wird, wenn ich erstmal Milch dazugebe? Hm, ich hab keine Milch mehr. Aber das macht nichts. Wenn ich keine Milch mehr habe, dann geh ich einfach ne Kuh melken. Na, wo sind denn die Kühe? Ah, eine seh ich. Hallo. Komm mal her, gib mir ein bisschen Milch. Dankeschön. Ah, sie rennt mir nach. Ha, ich bin wieder zurück. Hallo, freut mich dich zu sehen. Dankeschön. Also, ich hab die Milch. Jetzt kipp ich sie in meine Cornflakes. Sieht ja hübsch aus. Und endlich kann ich was probieren. Sandy, jetzt lass mich doch in Ruhe. Was ist denn? Wo kommen die ganzen Kühe her? Nichts sind weg hier. Ah, die Schüssel nehme ich auch noch mit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 E cự.